Kack auf Eltalk, lass mal drüber reden, der zugelocker 100k Steuern zahlen muss. Ich finde Eltalk die Matik auch interessanter, finde ich interessanter. Okay Chat, lasst uns Thesen abschließen. Glaubt ihr, Space League real? Not real? Daumtanzer, Craxpie oder... Leider real? Ich werde weggelasert. Fake. Irgendwie ein bisschen Weird Jam. Okay, warum wäre das Weird Jam? What the fuck? Real aber Intended auf gar keinen Fall Chat. What the fuck? Real aber Intended würde bedeuten, dass ich mich so lieben möchte, oder was? Das wäre super unsmart, weil du niemals ausgesorgt haben wirst aus deiner Sicht. Okay, Steve. Also Real aber Intended wäre dumm. Wenn ich mich zeige, möchte ich es geil machen. Checkt ihr das? Viel mehr habe ich da Bock drauf. Es soll irgendwie so crazy dann sein. Deswegen Teaser... Nein, 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 Teaser. Ich glaube, selbst Teaser wäre lame, weil da kann ich nicht Kai Pflaume einladen und sagen, ey, Kai Pflaume, mich hat man noch nie gesehen. Und so ein Shit checkt ihr. Deswegen Fake und nicht Intended. Okay, das wäre unlogisch. Fake und nicht Intended geht nicht, oder? Oh, scheiße. Kai Pflaume. Wenn Face Reveal Kai Pflaume ist. Nein, 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 nein. Ich bin gespannt. Ich finde, die nächsten Tage werden... Ich finde, die nächsten Tage werden interessant, glaube ich. Ich bin gespannt. Ich finde, die nächsten Tage werden einfach genau das Ding des Fahrtes gemacht.